Echt? Sag bloß. Wo ist Manni? Manni, ich bin vorne raus. Hä? Nee. Ich glaub, die Runde haben wir hier schon. Guck mal, wo Manni ist. Hey Manni! Hä, wo bin ich eigentlich? Hä? Oder? Nee. Also blaues Ceran, ich dachte gerade. Manni liegt da jetzt. Ich glaub Manni ist auch gar nicht. Ich bin deswegen irgendwo. Manni lande irgendwo, weiß ich nicht. Was sicher ist. Wir holen nicht ab. Döner asiatische Flash. Hä? Alter, mein Spiel-Bug total. Hier sieht safe aus alles. So weit bei uns hier. Also es kann jemand in die Holzhütte hier unten gehen. Ja, ich geh in die Hütte. Hier. Ich bin lange auf dem Taunen. Ich weiß nicht, muss ich mal in der Zunge. Alter, ich hab's halt gleich gelootet und was krieg ich? So eben. Äh. Schild- und Heilungs-Bangfeld. Ist ja ein Medi-Kit. Also am Anfang könnt ihr ruhig mehr Paketen auch in den Mitteln machen. Dass ihr mit anderen es nichts hat. Jetzt sind wir hier alleine. Ja. Ja. Ich hab' leckere Killen. Echt? Ja. Ja. Ich hab' einen goldenen Lenk-Rack-Hill. Ja, Alter. Ist er besonders? Ja. Ja. Macht mehr Damage. Ich hab' noch einen goldenen Lenk-Rack-Hill im Werfer. Okay, okay. Äh. Wer will, komm her. Wo bist du? So. Oh, du geht uns nachher an. Ist mir ein Wursch. Irgendjemanden. Hast du mir jetzt schon jemanden gegeben? Nee, warte, ich dachte. Ach. Ach, sogar Dings? Was? Lenkverkehren? Hab dich wohl nur richtig zugehört. Ich hab doch gesagt. Ein goldenen Lenk- Jaja, du hast gesagt. Ich hab nur wirklich zugehört. Warte, die Granaten kann ich noch mitnehmen Wieviel Schuss hast du da drin? 33 Ok, ich hab 17 Aber vielleicht find ich noch mal was Ja, hier sind die ersten Pakete Spieler die vom Asphalt behalten und den Spieler rumschieben Da gibt's halt wenig Munitionswisten hier oben Hier ist was von Schild dran Ähm, ich lass den Manni nehmen Wurde ich sagen Manni, komm hier zu mir Ich hab heute auch so in Schild dran Ich hab heute auch so in Schild dran der Leben halt 100% aufhielt und Dings Aber das nützt ja jetzt am besten nur hin Wo ich gerne jetzt noch mal Schild hatte Ich bin jetzt so verschwimmt Oh Ich würd sagen, dann weiter hier hin gehen Mh Ja Hab ich eigentlich die Dings gespottelt? Natürlich nicht Mh Alter, tappt da rein Ja Ist aber wieder typisch Das man einfach mal Zwei auf einmal finden von den goldenen Dinger Ja, also Ist wirklich Gehen wir oft zu gelb Wurde ich sagen Oder? Oder bald ist ein Container Container Die Luft hat Richtung Container statt Hier ist doch so ein Eierdinger Da braucht es weniger Gehen doch Richtung Container Da guckt ihr einfach mal gerne Ob Dings klar ist Und zwar Alles so gucken und Zeran dudelt mir beide Da kann ich sein, dass wir hier reinkommen Die Ausscheid holen Ich habe in dem Ding keinen gesehen Ja? Was? Ähm Okay, da bin ich bei euch gerade sein Nee Alter, was höre ich zu euch, oder? Wir haben da können nur dann Container oder so wie wir wurschen Ich will nicht alleine vorgehen, sonst Ist scheiße Hier war es halt nur, wenn es Zeran hält Alle Zeran ist jetzt, oder? Ich sehe da auch nichts mehr hin Boah Meini, hast du mich gerade erschrocken? Alter, ich habe meine Maus weggeschmissen Boah Alter Ich habe es wohl gehört Ich habe es wohl gehört Boah, bin ich erschrocken das Ich habe jetzt 62 Stoß Ich glaube da ist Ich glaube da ist Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll Weil da Ich sehe ja niemand Du kannst reingehen Reingehen Okay, äh, äh Stadt sind auf jeden Fall rechtlich geworden Wir gehen jetzt nach Also zumindest ist hier Zeug gebaut Ich würde sagen, wir gehen zu Däner Stadt würde ich jetzt zu gefährlich halten Ich sehe da echt niemand Ja, ja, wir kommen zu dir Aber es liegt halt nicht mit der Zone Wir müssen halt mal gucken, wo es jetzt ist Hier Aber mir geht trotzdem zu Gamer, würde ich sagen Aber Leute, wo renne ich denn hin? Dann kommt gleich die falsche Richtung Ja Warte mal Da hat mich gerade die ganze hin Falsche Richtung geräumt Ich tue Prima hat gesagt Okay Ja Der immer fliegt aber ab und zu Ab und zu nochmal mit einer Kärche, ne? Ja Ja Gehe in irgendein Container oder so irgendwo hin oder was auch Du kannst dich selber abschieben Toll Ich kann gerne gleich Überwachungsmittel spielen Vielen Dank. Vielen Dank. Der Weg ist frei, auf jeden Fall. Aber ich guck gerade auch hin, was ihr will. Wie sieht du das? Habt ihr alles wunderbar? Ja, warte, mach ich. Das sind die Hanker, ne, Zahran? Was meinst du? Was? Ob bei Hanker jemand ist. Genau. Thermo, du musst loben. Ich hab zwei Medikid. Ich hab 40 Lenker gekippt. Komm, wir schaffen es jetzt, Alter. Wir müssen zusammenhalten. Ich kann mit dir wetten, dass bei der Hangar jemand ist. Die Stadt sieht relativ ruhig aus. Also linksrum können wir auf jeden Fall gehen. Hier ist wenig gefault. Am Ende der Stadt ist diese Action. Hier auch vor mir wird gebaut. Hallo Gerhard, pass auf. Da, ja. Da muss jemand sein, Achtung. Na, ja. Da sind welche. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ich glaube die beiden sind zu mir. Die kommen gerade zu mir, die kommen gerade zu mir. Die kommen zu mir. Nein. Leute. Ja, die Klob. Jetzt haben sie eine Weckraketen. Ich finde das schon interessant, woher die Klob ist. Na, da hast du keine Raketen? Ja, da hast du keine Raketen. Oh mein Gott. Geh mal unter dir. Hinter dir, hinter dir. Oh, vergesst. Geh. Geh. Okay. Lebt man. Geh, ich bin jetzt in die Tone, gehen jetzt in die Tone, gehen jetzt in die Tone, gehen jetzt in die Tone. Ja, das reicht. Ja, ey, du verlässt aber Leben. Geh mal, du stirbst. Geh mal. Du bist leid tot. Oh mein Gott. Mann, ich hole mich schon. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe zwei Dinger. Ähm, Dings baut euch, ähm, dort gerade aus. Geh unter dem Boom oder irgendwo. Geh mal, geh erstmal weg. Ach, gerne. Ja, ich würde mich noch öffensichtlicher bauen. Na, kommt da niemand. Okay, ihr müsst da jetzt. Dann bleibt er noch. Braust du noch, wenn du das? Da ist ein Feuer, neuer, da ist ein... Ach so, ihr habt sich voll aufgemacht. Na, äh, Gamer, du bist ja auch. Du bist voll anflussfähig, äh, Dings. Und wenn ihr nebeneinander steht, ist es sehr getragend. Sehr gut. Ich würde sagen, Manni muss, äh, also Gamer schießt. Ach so, Manni hat auch einen Lenker. Die drei Leute noch. Ich weiß nicht, ob die alle dort oben sind. Also, ich glaube, links von euch hat ein Unregelung. Und die Zäune kommt, Gamer. Ihr müsst jetzt reinhören. Duft erstmal rein. Alle, ich habe zwei Kills gemacht. Neben euch hat es angeschrieben. Neben uns. Ja, Manni-Zone erstmal. Ich habe Lust gesehen, leider. Wir haben wie viel rakieren lassen? Fünf. Warum meinst du? Fünfhundert, äh. Siebenzwanzig. Wo sind denn die? Ach so, die schießen Lenkerkeben. Stellt euch ne nebeneinander. Manni, Alter. Stellt euch ne nebeneinander am besten. Ja, Gamer. Seid mir. Ich würde sagen, eh nach Deck, müsst ihr euch denken. Es sind nur noch zwei. Ich würde sagen, ne B'de mit Lenkraketen, oder? Einer muss es gut mit. Wenn das Gamer von hinten, Alter, akiert wird. Hä, was warst du denn jetzt? Manni, ich bin nicht in die Zone rennen. Manni, die rennt jetzt schon in die Zone. Gott. Es ist nur noch einer. Der, Mo. Wo ist der? Such den mit Lenkraketen jetzt. Der wird im Haus sein, oder? Alter, komm. Wenn du leust, würde ich lieber ein normaler, äh, Raketen nehmen. Dort baut's dich immer. Schlapp, da. Oben, der ist, jump it, jump it. Der ist weggeflogen. Der ist weggeflogen, nach links. Der riecht um Manni. Oben. Gern mal unten. Der fliegt schon wieder. Der fliegt schon wieder. Manni, wie kriegst du da nicht so, Gamer? Oh mein Gott. Den kriegst du da nicht so. Jetzt hättest du mit Dings schießen müssen. Wie hat er uns zwei jetzt gekriegt? Du hättest mit Dings schießen müssen. Ja, das hättest du mit normalen Raketen, äh, normalen Dings schießen müssen. Mhm. Weil wenn der immer rüber und rüber fliegt, wenn du Dings flimmst, du kommst dann hinterher. Und du bist ja ein leichtes Eingriffstiel, weil du dich nicht bewegen kannst. So kannst du noch von der Rakete wegflüchten. Also springen.